Will Tennyson. Denn er trainiert mit siebenfachem Mr. Olympia Phil Heath. Let's go, Freunde. Ich hab Bock auf das Video. Der hat Schultern zu Hause gelassen im Keller. Hier ist die Sache. Wenn deine Arme so groß sind, wie das. Jeder fokst auf das und jeder fokst auf das. Wir werden das hier auf die Seite. Wie viel flott ist. Und wir brauchen das hier zu kappen. Ich weiß. Aber das ist, warum du hier bist. Ja. Der braucht schön hier. Even mit lowem Weit, ich möchte, dass ich etwas fühle. Eine Sache, die ich möchte, ist, dass ich es fühle. Schöne runde Schultern. Kanonen Schultern. So, do you always start Schultern, wie Rear Dolls, erst? Ich versuche es, weil ich mehr Stabilität kreieren möchte. Und es ist immer etwas, was... Franzl, danke dir, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Und liebe Grüße zurück. Viele Leute trainen nicht bis zur Bearing End. Bei mir ist gar nichts gut, wie du siehst. Ich hab auch das Maul bekommen. Ich beginne mit dem Hintergrund, zwischen dem Rear Mindset. Hey, wir möchten immer von der Hintergrund. Ja, ja. So, jetzt fühle ich mich noch mehr auf meinem Rear Arm. Oder meinem Rear Rear Delt. Das bedeutet, okay, Phil. Concentrate auf der linken Seite. Also, lass mich das ein paar Mal machen. Das ein paar Mal. Das ein paar Mal. Das ein paar Mal. Das ein paar Mal. Okay, jetzt fühle ich mich. Okay, jetzt fühle ich mich. Try to pull... Just on this side. Let's go a little bit forward. Now, do the other side. You feel it? Ja. Oh, ja, wow. You see that? Okay, watch him do it. See right here? Okay, now he's gonna go do 15 full reps. Go. Now you feel it even more. Way more. Okay, good. So, how did that feel? Good. Not so flat anymore? Doch. Der lacht den einfach auf. So, we're gonna still work. We're gonna still work. Let's go through. Wie elegant er diese Übung ausfüttt. Mit diesen beiden Fingern hier. Geil. Tja, kann man mal sehen. Phil Heath hat die Tipps und Tricks am Start. Hier geht's. Wow! Nicht nur bei der dritte Deltz, aber schau mal, wie seine Trappen sind jetzt. Die höheren Trappen... oder die Striationen zu zeigen, dass er nicht vorhanden ist. Weil sie nicht aktivieren. Hier wir gehen. Wow! Oh mein Gott! Das ist wild! Ich bin einer der Leute, die nicht wirklich fühlen, weil ich auch, ich weiß, dass ich es nicht mehr fühle, zu deinem Gesicht zu sein. Der ist ein bisschen höher. Der ist ein Ziel, dass wir es zu sein. Wir müssen es fühlen. Ja. Und jetzt fühlt man sich mehr gefühlt fühlen. Ja. Und es war früher. The Reaper aka Death knallt mal wieder fünf Abos raus. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Danke für den kranken Support. Um Olli Kahn zu zitieren, er hat ja alles erreicht. Wir sind hier. Wir sind hier für eine Stunde, eine Stunde und eine halbe Stunde. Wir haben Zeit aus unserer Zeit, unsere hohe Arbeitsschedule, Familie Zeit. Du kannst hier nicht rein und f*** dich rein. Ja. So, wenn du nach Hause gehst, die Frau sagt, was hast du gemacht? Oh, scheiße. Schau es raus. Aber wenn du in da, nach Monaten, und du hast keine Resultate, dann denkst du wahrscheinlich, du wirst hier schrönt. Wir schuldigen uns, und beginnen klein. Wir haben diese Level. Du und ich können viel mehr Kraft machen, als wir machen. Aber wir sind bereits schweig. Ja. Weil wir machen es den richtigen Weg. Ja. 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 Phil hief unfassbar sympathisch. Ich dachte, ich hab den immer so als unsympath empfunden. Aber auch letztens in dem Podcast, was wir gesehen haben, der ist richtig sympathisch. Come on. Ah. Only Phil can make a baseball harder than a deadlift, man. So we got all these guys here. I know, man. Look at that. Show it to them, show it. Look at that. Yeah. So that's what we want. So we got quite a bit of an audience over here. You know, they were watching how he's getting all the secrets. They're all staring at my shoulders. Can't you see that? Niemand guckt auf deine Schulter. Because they ain't got them. And if you notice, I'm trying to be mean or anything. But if you look at everybody else, who's rear delft in here, they're non-existent. Yeah. I can stop looking at my shoulders, Phil. He has a little bit of the style of Hennie Rambot as coach. So this calm, relaxed, with a few tips and tricks. Not hardcore training, but a simple training. The muscles are good. Always put some tips out. Hammer. I'm so upset you said that they're flat. They're not. They're not. Primarily what I've noticed is like, you know, people will come in right here. Right. And see where my body is when I come here. Yeah. I'm always like this and I'm coming up. Yeah. You can do that, but why do I need this extra body? Irgendwann muss ich auch mal dort trainieren, Alter. Im Mecker vom Bodybuilding. Gold's Gym, Venice, L.A. Hammer. So I always like keeping it right here. And then just coming up like here. Right. So not too far out like here, but more like on the side. Okay. So wie Chris Calles immer erklärt. Mit dem Ellbogen arbeiten beim Seitheben. We're gonna grab the pink weights and make them feel like 50s. How do you progress with lateral raises? And I feel like a lot of people watching this, they're pretty much within that 25 to 35 pound range for the rest of their lives. Yeah. And they're not going up from that. Well, for me, it's always about mastering these. One of the things I started doing a few years back was as I'm doing it, I'm taking this pinky, not to turn it, but to grip it. To grip. Okay. I just want you to try it and tell me how it feels. So I want you... Whoa. I'm already flexing the pinky and it already feels harder. This is bodybuilding witchcraft, Phil. In this gym, you're running into the gym and you've already reached the test and you've already reached the limit and you've reached the limit and you've reached the limit harder, huh? Wow. Why is it harder like that? How do you discover these things? I got him! What? Who would have thought? Well, you're the first one I shared that with. So now all your people know. We'll censor the whole part. Uh-oh. Okay, there is no full in soft. Holy shit. Dude, your shoulders... Do you ever feel like you just have like... two balls? Dude, I'm still on the start. Balls on the side of your head? Holy shit. Your thickness... I think you're like... You're triple my thickness. Let's see, there's goes to side to side. I mean, actually... not that much of a difference. Hold the button, man. He's the three times one of you. Not that bad, right? Your tricep is my thigh. Oh yeah, that's... That's a different beast, but... The goal with these too. He has to do this. Never. If I'm like right here, just doing this... He has to eat a lot of calories to keep this mass. See all the lines? Yeah. And the... Just like a baby. With the butt. The triceps is just a butt. When I get more lines in your abs, they go all the way to the back, to the rear. Squeeze that pinky. And keep them... Here. Okay? Yeah. All the way through this side. The difference from this to this? I know. You want to... I know. Yeah. And your damn right stubborn arm. Yeah, right here. Go. There you go. Because he's doing it this way. Look how everything is moving now. What's your thoughts on like partials for laterals at the end? The problem with it is like... I feel like... I'd rather do that shit on the machine. Doing it with the dumbbells. That's cool. But then you're just like... Yeah. It's just kind of funny. How are you feeling? Good? Oh yeah. Alright. We're going to crank it up a little bit now. We're going to just go back and forth now. I came to emphasize the difference. Just flexing this thing. Squeeze this thing. It makes everything... Also, the tip, the pro tip from Phil Heath is... the pinky finger. The little finger. Richtig anspannen. Anflexen. Quasi. That's the pro tip, okay? Way harder. It just looks like your biceps are contracting too. Because they're real. So now you get like free people and I'm like... Save. Jake Cutlers form. Auch richtig geil. Was wir letztens das Video mit Urs gesehen haben. Unnormal. Oh. This is me flexing. And then you go... And that's the power. Literally nothing changes when I do that. I'm like boom. Same thing. That's what I would compete against. Yeah. Look, I haven't competed what? Three years? And... I still have... We're having... We have... With David Unterleitner. 1st. hammering on handbrems. And he Also David fährt mit angezogener Handbremse. Wie sein Bruder. Er macht alles falsch. Hoffentlich bleibt er beim Fleischkonsum, der David hier. Ja, Krise haben wir auch geguckt schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wir enden mit dem. Und dann für Part 2. Part 2? Oh mein Gott, dieser Blick. Of Delz? Ich will den Englisch riechen. Ich bin in Florida. Wir machen was anderes. Oh, Baby. Die Nacken, Alter. Die Nacken, Alter. All right, so tell me how that felt. Painful. Oh my God. Sweating and... Yeah. And we've only done face pose in Lateral Races. Da ist Phil Heath. Scoreboard. Drittes Bild müsste er sein, ja. Baby. Ja Mann, drittes Bild. Das ist meine Meinung. Ich denke, viele Leute sagen, du musst nicht die Frontdelte trainieren. Denn wenn du Benspresse oder irgendwas machst, dann schießt du die Front. Dann warum trainen sie Triceps dann? True. Du hast Biceps schon wieder bekommen, aber warum trainst du dann? Oh oh. All right, all right. Du wirst. Du wirst. Mach so gut wie niemand, ne. Ich mach die Übungen sehr, sehr häufig. Letztes Schultertraining noch gemacht. Hatte ich sogar in meiner Insta-Story drin. Das Geile ist, du bei Push, ist das für ein Push-Training der perfekte Abschluss des Trainings. Oh, mein Auge. Ist doch am Brennen. Weil du triffst die vordere Schulter. Und wenn du noch deine Brust dabei anspannst, dann triffst du noch, ballerst du noch schön hier nochmal die Brust ganz schön anpumpen, reinpumpen. Wenn du hoch, dann gehst du ein bisschen seitlich quasi. Du versuchst, wenn du oben bist, auf der Ebene von der anderen Schulter zu sein. Quasi so hoch. Dann triffst du die Schulter und die Brust nochmal schön zum Nachpumpen. Richtig geil. So mein Push-Tug-Finisher. Wenn du die so natürlich machst, triffst du weniger die Brust und mehr die Schulter. Nehmen du aufhören. Oh mein Gott. Ich hab am Auge ein Gerstenkorn. Easy. Das, was ich. Das dritte in den letzten fünf Wochen. Das Muscle sind so we got to wake them up, we got to slap them around. We got to remind them that their job is to grow. Sie sind geheimdiert. Sie sind geheimdiert. Sie sind geheimdiert. Und ich sehe es gerade gerade, ich sehe mehr in der Front delt, nur auf der ersten Set. Ich habe eine Vascularität in meinen Schultern für ein langes Mal. Und all of a sudden, ich habe gerade gerade gespielt heute. Wie weit am ich von dir? Welche Jahre sind wir, als ich in highschool bin oder jetzt? Was machst du? Nicht mich! Du, ein Double Bicep! Oh, ich kann einen für dich. Ich kann einen für dich. Ich habe überhaupt nicht existiert. Ich lebe jetzt in Florida. Ich bin hier. Also, du hast diese Presse gemacht. Es gibt zwei Dinge, die ich möchte. Nummer eins, wir werden es 90 Grad machen. Also, wir werden nicht sagen, dass ich eine Strecke bekomme. Ja, aber die Muskeln sind nicht kontraktiv. Wir werden es hier halten. Aber wir werden es hier halten. Oh, wow, okay. Okay? Ich kann die Übung zum Beispiel nach meiner Schulter-OP gar nicht mehr nachmachen. Überhaupt nicht mehr machen. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall ESM.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop. Und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Geht nicht. Ich kann die im Hammergriff machen und so nach oben drücken. Aber so wie er die Zeit... Ich komme nichtmals in die Position ohne Handtel, Digga. Schlimm. Ja. Höher. Ja. Du machst die kleinste kleine Twecke für mich. Und es f****** killt mich. Hier, geh. Hier. Hier. Good job. Ja, ich fühle mich wie eine B****. Verdammt. 25? Ich kann nicht meinen Fianc. das zeigen. Sie können nicht versuchen. Sie werden sagen... Früher einfach die 60 Kurzhanteln genommen. 60er im Fittix. Auf 15 Wiederholungen. Schulterrück. Das waren noch goldene Zeiten. Jetzt kann ich von Träumen, Alter. Ich kann noch nicht. Sie wollen ihn nicht. Diese Weise? Ich zeige dir? Der linke Trainer einfach mit Sonnenbrille. Killer. Also, das ist wie ich den stärksten in der Gym. Humble. Also, was wenn du in einem Hotel bist? Ja, ich bin immer LBS in USA. USA in USA. Du hast keine 50s oder 100s. Was wenn du in einem Show bist? Und was lustig ist, wir werden hier einfach bleiben. Ja. Wir stehen in 25s? Hier? Wir werden hier machen. Ja. Ich werde dir das machen. Weil was passiert ist, als du fatigst, es kamen. Amen. Achtet mal auf den Typen, wo der Chat sich gerade befindet. Und hört mal bitte den Sound dazu.